Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 900 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017